So, in der Zeit... Ja, sorry an die Leute, also an den KuchenTV Uncut-Kanal, die das gerade sehen. Ich habe gerade rumgeswitcht von YouTube auf Twitch und deswegen... ...habe ich das hier geendet in eine neue Aufnahme, damit ich Doppelgeld kriege. Alle denken, das ist ein Witz, aber ich kriege ja Doppelgeld. Ist ja Real Talk einfach so, ne? Aber bei KuchenTV wirkt das immer so lustig, wenn ich das sage. Deswegen Geld und dann gucken wir mal weiter hier. Was ist ja zu? Feiergurten zu sagen. Dass ich unzufrieden mit meinem Kanal bin, obwohl ich sehr viel Zeit reinstecke. Die Thumbnails möchte ich definitiv ändern, genauso wie den Videoschnitt, um besseren Content bieten zu können. Deshalb habe ich dieses Video hier gerade auch mit Premiere Pro und After Effects geschnitten. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich halt neu im Programm bin. Aber ich will coole... Danke Gurken... Gurken... Uwex fürs Subscriben. Dankeschön, bist du irgendwie mit Gurkensohn irgendwie verbündet oder was? Ja, also dazu kann ich halt schon mal direkt sagen. Ich glaube, das habe ich auch schon zweimal oder so gesagt. Aber ich finde, das ist so lustig einfach. Also ich feiere das persönlich. Und zwar folgendermaßen. Als Feiergurten das gesagt hat, dass er sich jetzt Premiere und After Effects beibringt, saß ich quasi zu Hause und sagte so, oh nein, Alter. Wenn jetzt jeder Wannabe-Meiners-Blogger anfängt, so richtig geile Qualität zu bringen, da muss ich als Kuchen.de vor natürlich mitziehen. Weil du kannst nicht als Größter sagen, ja, ist mir egal, ich mache einfach so, wie ich möchte. Sondern du musst natürlich sagen, jo, hört mal zu, Jungs, ich bin hier der Größte. Ich setze hier die Qualitätsstandards. Oder halt der 16-jährige JF, das ist auch noch in Ordnung. Kinder kann man nicht ernst nehmen, weil auch hier Arschloch noch so eng ist. Danke, Germanium99, fürs Subscriben. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung auch. Und ich habe mir da halt echt gedacht so, boah, scheiße, da muss ich halt echt was ändern. Und im Endeffekt ist ja nichts dabei rumgekommen. So, da hatte ich auch so, ja, okay, nochmal Glück gehabt, Leute. Und ja, dein Videoschnitt mit Gameplays ist super repetitiv. Aber warte mal, der ist ja auch nach dem Schenk ist, wie es noch da. Ab und zu wird in ein Gaming-Video reingezoomt, was einen schwarzen Balken dastehen lässt. Dies nutzt es letztlich relativ oft bei leicht trotzigen Aussagen. Die Emojis und Smileys waren zum größten Teil immer die gleichen. Seien es diese beiden Fragezeichen auf geblurrtem Hintergrund oder irgendwelche Emotionen, die du eingebunden hast. Dankeschön, Creeperkit, auch fürs Resubscriben, auch schon fünf Monate. Küsschen aufs Nüsschen, mein Name wird Coopakit oder Coppairkit ausgesprochen. Da wusste man einfach schon, was für ein Emoji oder was für ein Smiley als nächstes kommen wird. Und der Schnitt war einfach nur immer im alten Muster sehr, sehr repetitiv. Als die Änderung zur Facecam kam, ist jedoch etwas passiert. Weniger Gameplay, also weniger Platz für Smilies, etc. Doch wenn man ein bisschen durchschaut, ist hier auch ein klares Muster zu erkennen. Zoom in und zoom out ist hier das klare Keyword. Tatsächlich, auch wenn man das vielleicht nicht wahrhaben möchte, sind solche Videos nicht besonders aufwendig. Sei es nun Gameplay im Hintergrund zu schalten oder sein Face zu zeigen. Bei der Facecam-Option hat man wirklich nur noch die Aufgabe, ab und zu mal ein bisschen was einblenden zu lassen. Das ist qualitativ nicht sehr, sehr aufwendig. Meine Videos sind es auch nicht, keine Frage. Aber das ist halt einfach ein Punkt, den man schon sagen muss, wenn man aus Firegood-Sicht sich qualitativ sehr, sehr stark verbessern möchte. Und dann halt ab und zu mal ein Bild einblendet. Das ist wirklich nicht der allergrößte Aufwand. Auf einen letzten Punkt möchte ich aus diesem Video tatsächlich... Ja gut, also ich finde es halt auch sehr schade, dass halt wirklich die Qualität eigentlich mit dem Video wirklich extrem nach unten gegangen ist. So, ich meine, das sind auch Dinge, die ich halt nicht so ganz nachvollziehen kann. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich halt, ähm... Bei mir ist es zum Beispiel halt selber so, dass ich, äh... Muss ich mal kurz überlegen. Ach, jetzt bin ich raus, weil ich da gerade so einen Kommentar gelesen habe. Ich beantworte den erstmal, vielleicht komme ich dann wieder rein. Was sagst du zu Wenikroft und der Casino-Sache? Ja, schwierig. Dankeschön, Royal Day für die 3 Euro. Dachte, eng ist ein dehnbarer Begriff. Ja, aber irgendwann, äh... Ist das Arschloch auch an seinen Grenzen so, ne? Na, das Loot für Tim Held wurde erhöht von 500 auf 600 Euro. Schmeckt. Ja, ja, ich erhöhe das immer um 100 Euro, wenn es halt erreicht ist. Und dann sieht man quasi, wie viel ich diesen Monat einfach gespendet bekommen habe. Ich habe jetzt keinen wirklichen Sinn mit dem Geld, sage ich mal. So, dass ich jetzt sage, jo, ich muss jetzt unbedingt das oder das bezahlen. Deswegen einfach Loot für Tim Held. Ja, ich denke mal, dass es auf jeden Fall in Ordnung ist. Ja, bei Casinos schwierig. Ich habe das ja selber schon gemacht. Ich finde das jetzt nicht unbedingt so schlimm. Ich finde aber, wenn man so ein Casino bewirbt, muss es halt auch eins sein, was halt auf das Alte achtet, wo man halt nicht mit unter 18 einzahlen kann. So, das ist das Wichtige, dass die auch wirklich legal sind so. Dann finde ich, geht das halt auf jeden Fall. Schreibt mich an, ne, Casinos, wenn ihr gerade zuguckt oder so. Wie gesagt, ich bin für Geld immer offen. Finde das etwas übertrieben von Firegurten. Weiß nicht. Dadurch, dass ich halt selber auch so ein bisschen, ja, auch mal zocke, ne, also jetzt nicht mehr, aber halt früher auch ein bisschen, also jetzt auch nie mit größeren Beträgen so, ne, mal so ein Zehn- oder Zwanziger in die Spiele oder so. Das geht ja bei meinem Verdienst, denke ich mal, gerade noch so. Und dann hat man halt mal Freispiele bekommen, ist mit 20 Euro raus, dann war man glücklich so, ne. Deswegen bin ich halt selber so ein bisschen in der Szene drin, würde ich mal sagen, ne, und feier das auch, mal anderen zuzugucken beim Zocken oder so. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Kann es aber auch verstehen, wenn Leute sagen, jo, das geht halt gar nicht so, ne. Weil klar, das sehen halt trotzdem Minderjährige, ähm, kann man halt nicht so sagen. Muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ist auch vielleicht nicht so, auf man stolz sein kann. Ne, aber es geht, ne. Ähm, so, dann, was hat er hier gesagt mit der Qualität? Genau, das fand ich bei Feiergurten auch sehr, sehr schade, dass er immer weiter abgebaut hat, so. Also ich fand, anfangs, so war er halt hier, und dann ging es wirklich so immer weiter runter. Und gerade, wenn man so ein Changes-Video macht, also ich meine, du musst doch, du weißt doch auch, was du vorhast, so. Und dass das dann wirklich viel schlechter wird, wundert mich halt ehrlich gesagt, weil du weißt doch vorher schon, was du machst und was nicht, oder? Will mal raus, meinen Urlaub genießen, aber war gut, stream bis hierhin, bye. Tschüss, Wolfi, wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß im Urlaub. Freut mich, dass du dafür noch Geld hattest und mir nicht alles gegeben hast. Ähm, ja, von daher, was soll man dazu sagen? Finde ich halt schade, dass Feiergurten dann wirklich da qualitativ abgebaut hat, was ich ja, wie gesagt, nicht verstanden habe, weil du weißt doch vorher, was du vorhast. Und wenn du schlechter sein möchtest oder einfach was anderes machen möchtest, dann sag doch nicht, ja, ich will jetzt auf jeden Fall ja auch richtig krass werden hier, ne, mit Hollywood-Effekten, sondern dann sagst du, jo, ich würde halt lieber Gameplay in den Grund legen, weil ich hab keinen Bock mehr auf diese Bilder. Ist komplett verständlich so, ne? Sind die Spenden ja nicht anonym oder wird dem Gespendeten der echte Name des Spenders angezeigt? Bitte um Antwort, danke. Ähm, wenn du beispielsweise mit Paypal spendest, dann kriege ich halt eine E-Mail von Paypal, da steht dann halt drin, äh, von welcher E-Mail-Adresse das gekommen ist. Ne, also wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt Max heißt und deine E-Mail-Adresse ist zufällig Max Mustermann at irgendwas, dann sehe ich das. Ähm, ich glaube bei, bei PaySafe-Karten nicht, das ist anonym und ich glaube bei Banküberweisungen sehe ich das auch nicht, wer mir das Geld gegeben hat, sondern nur, dass ich halt per Banküberweisung Geld bekommen habe, dann sehe ich soweit ich weiß auch nur das, was du bei TippyStream da eingegeben hast als Name. Und noch ein Richtiges. Nämlich die besten Videos, wo man hinterstehen kann und mit denen man auch wirklich etwas bewirkt. Videos, die man ohne Bedenken teilen kann. Dankeschön, Blaze of Tempest. Videos, über die man ohne Bedenken reden kann. Meinst du damit zufällig die Videos, die du in letzter Zeit immer wieder runtergenommen hast, weil du zu viel Kritik abbekommen hast oder dein neuestes Video zu Nikeboy, mit denen du null recherchiert hast, in diesen drei Minuten erwähnst du den wichtigsten Faktor nicht, der alle anderen Faktoren ausgelöst hat. Und zwar den Strike, den er kassiert hat. Deshalb ist sein Kanal offensichtlich nicht mehr so gut, was Klicks angeht. Doch darauf willst du oder kannst du nicht eingehen, weil du nicht recherchiert hast. Gleiches gilt zum Beispiel für das Video Hand of Blood, gut oder schlecht. Ja, das mit dem Nikeboy-Ding habe ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, weil das ist halt, also was mich so generell bei den Meinungsbloggern so ein bisschen aufregt, okay, ich dachte, er zeigt den Kanal von Firegood und das wäre jetzt perfekt gewesen. Aber voll oft sind die Videos halt auch relativ kurz, irgendwie in letzter Zeit habe ich so das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Nike-Nikeboy-Video hier sehe. So drei Minuten ist zum Beispiel halt, also keine Ahnung, das ist auch nichts gegen Firegooden. Ich meine, auch ein Da Vinci macht das mal oder ein Eifer-Kevin. Also ich finde, so richtig kurze Videos wirken halt immer so mega hingeschissen. Also das Ding ist, klar, ne, ich bin ein großer YouTuber so, ich freue mich natürlich auch, wenn die Videos über zehn Minuten gehen, aber ich zum Beispiel kriege es halt auch gar nicht hin, drei Minuten Themen zu machen, weil ich will doch halt auch ein paar Informationen so rüberbringen, ich will so ein bisschen meine Meinung mit drin haben und drei Minuten ist halt nichts. Also das ist wirklich Little Larry gar nichts, mein Englisch mal wieder on top hier. Ihr müsst euch überlegen, Songs gehen länger als zwei Minuten fünfzig. Du machst halt einen Meinungsblog, wo du halt so ein Thema besprechen möchtest, wo du vielleicht auch ein paar Fakten und so weiter nennen möchtest, ist halt immer relativ kurz und ich habe das Gefühl, dass momentan halt auch viele Videos immer kürzer werden irgendwie, so im Durchschnitt habe ich das Gefühl. Es kann auch sein, dass es mir nur so vorkommt oder so, aber wie gesagt, bei mir ist es halt voll oft so, dass ich mir irgendwann denke, boah, soll das jetzt noch länger werden, so, weil ich halt noch nicht fertig bin und da musst du halt einfach so, ne, weil du das halt drin haben möchtest. Super, danke, nur noch eine Frage. Tipi-Stream ist aber nicht vorteilhaft, oder? Ich meine, du hast mal gesagt, bin mir aber nicht sicher. Also wenn man mich unterstützen möchte mit Geld, danke Torben 345 fürs Subscriben. Dann ist halt Nummer 1, das Beste sind, glaube ich, Bits, weil bei den Bits zahlst du Gebühren während dem Kauf. Das heißt, wenn du mir, also 100 Bits sind 1 Euro und wenn du mir 1000 Stück gibst, dann kriege ich diese 1000 Euro auch, weil du die Gebühren an Twitch beim Kaufen der Bits bezahlt hast und ich nichts abgeben muss. Das heißt, so gesehen ist für mich das das Beste, weil ich die halt komplett so behalten darf. Ansonsten ist Tipi-Stream das Beste, weil ich da, gebe ich halt an Paypal so eine Gebühr ab und ich glaube, Tipi-Stream nimmt sich auch noch ein bisschen was, aber halt nicht viel. Insgesamt verliere ich dann vielleicht 10, 15 Prozent oder so von dem Geld. Also das ist halt komplett in Ordnung. Bei Superchat-Spenden sind das, glaube ich, 30 oder 40 oder 50 oder so. Von daher geht das auf jeden Fall. Aber ihr unterstützt mich auch, wenn ihr den Stream einfach un-Adblocker guckt und ihr Werbung seht. Das ist schon genug. Oder ein kostenloser Twitch-Prime-Server, der ist kostenlos. In diesen drei Minuten erwähnst du den wichtigsten Faktor nicht, der alle anderen Faktoren ausgelöst hat. Und zwar den Strike, den er kassiert hat. Stimmt, ja, bei Tipi-Stream kann man noch die Gebühren übernehmen. Ja, stimmt. Doch darauf... Aber das ist ja dann trotzdem Geld, was halt weg ist, so gesehen. Weil du könntest mir auch dann, so gesehen, 80 Cent mehr überweisen. So weißt du, ich meine. Willst du oder kannst du nicht eingehen, weil du nicht recherchiert hast. Gleiches gilt zum Beispiel für das Video Hand of Blood, gut oder schlecht, in dem 40 Prozent des Videos einfach schlichtweg schlecht recherchiert wurden. Hand of Blood und Beef mit den Spandauer Entferne, Jungs. Ja, nee, ist klar. Generell kann man sagen, dass deine Recherche eher schlechter geworden ist über die Zeit. Und dann noch... Ja, das kann ich halt auch nur wieder zurückgeben. Also ich fand halt auch, dieses Hand of Blood-Video habe ich auch gesehen, habe ich auch gedacht, hä, der hatte doch gar keinen Beef. Also ich meine, ich bin jetzt... Mit Hand of Blood bin ich so zerstritten seit Jahren. Ja. Wie viel würdest du an den Staat zahlen, wenn man dir etwas spenden, wenn man dir direkt einfach spenden würde? Ja, weiß ich nicht. Kommt ja darauf an, wie viel Gewinn ich halt in dem Jahr da mache. Das kann man jetzt nicht so sehen, weil der Spendensatz, der Steuersatz, der bezieht sich natürlich auch darauf, wie viel Gewinn ich am Ende erwirtschaftet habe. Also wenn du mir jetzt einfach 100 Euro gibst, dann muss ich die ja nicht direkt versteuern, sondern dann halt mit der Steuererklärung am Ende des Jahres oder Mitte des Jahres, wenn man das auch immer machen möchte. Ja, auch da bei Hand of Blood war mir dreieinhalb Minuten irgendwie zu wenig. Ich meine, er macht halt seit Jahren Videos. Danke, knuspriges WC für 100 Bits. Dankeschön. Also Hand of Blood macht seit Jahren Videos. Also wirklich mega lange. Und dann macht er da so ein Drei-Minuten-Video zu, wo ich mir denke, Junge, alleine, was ich schon mit Beef mit dem hatte, also allein da könnte ich halt so ein 20-Minuten-Video drüber machen, wo ich Hand of Blood auf jeden Fall mal kritisiere. Und dann kommt da so ein Feiergurten, der so gar nichts wirklich anspricht. Ja, und drei Minuten so. Das wirkt halt schon sehr unqualitativ. Muss man halt einfach leider so sagen, auch wenn ich mag. Werfen wir dafür mal einen Blick aus Video Fortnite-Scamer fliegt auf und muss uns Barbie-Girl vorsingen. Du stellst einen Minderjährigen bloß vor einer potenziellen Zielgruppe von über 200.000 Leuten. Wenn das eine Vermittlung von positiven Werten ist, dann weiß ich auch nicht, an was ich glauben soll. Denn wie du sagst, du möchtest niemandem etwas Schlechtes. Natürlich hat diese Person Fehler begangen, aber das Ganze so zu rechtfertigen, dass er sich vor potenziell wirklich 200.000 Leuten lächerlich machen muss, ist wirklich sehr, sehr armselig. Stell dir einfach mal vor, du wärst in seiner Situation und jemand würde dich nach diesem Video dazu zwingen, nackt über irgendeinen Platz zu laufen oder irgendwas super gründlich zu singen, während du noch zur Schule gehst. Ich glaube, das würdest du nicht gut finden und ich glaube, dafür wirst du irgendwann auch nochmal eine richtige Retourküche kassieren. Bevor wir aber auch hier... Ja gut, also da kann ich auf jeden Fall beide Seiten verstehen. Also ich verstehe Meiti auf jeden Fall, dass er sagt, jo, komm, der ist minderjährig und so, das ist klar. Auf der anderen Seite kann ich aber auch Firegurten komplett verstehen und ich stehe auch eher auf der Seite von Firegurten. Also ich finde persönlich, so Scammer und so weiter ist somit das Schlimmste, was es halt eigentlich gibt. Ich finde halt auch so, dass so Dinge wie zum Beispiel Einbrecher oder so sollten halt viel stärker bestraft werden, weil du halt wirklich einem einzelnen Menschen richtig Schaden zufügst, ja. Muscha19AEX, Dankeschön fürs Subscriben, wo du ihm halt wirklich Wertgegenstände halt einfach wegnimmst und ja, das geht meiner Meinung nach halt einfach gar nicht. Das sind so Verbrechen gegen einzelne Leute der Gesellschaft, die vielleicht auch relativ wichtig sind und gerade aus Scammer gehen natürlich auch auf dumme Leute oder auf leichtgläubige Leute. Das sind halt meistens Kids und die sollte man halt auf keinen Fall verteidigen. Ob das jetzt wirklich der richtige Weg war, dass er da Barbie-Girls singen muss, ist natürlich halt fraglich, gar keine Frage. Ich sag mal so, Firegurten hätte ihn wahrscheinlich auch anzeigen können. Ob da was rumgekommen ist, wage ich eher zu bezweifeln, aber ich sag mal, wenn er sich dann damit einverstanden gefunden hat, dann das zu singen, ist das halt straf auf jeden Fall ganz gut. Also ich kann euch nur das Ding mitgeben. Also klaut niemals Sachen, ja, jeder Mensch hat dafür gearbeitet, für das, was er hat, auch wenn es vielleicht nicht viel ist oder so und auch wenn ihr weniger habt, ja, dann arbeitet lieber an euch, als dass ihr andere Menschen irgendwie was wegnehmt. Ja, also Scammer und so kann ich halt absolut nicht verstehen und von daher stehe ich da halt hinter, einfach, weil ich das, muss ich halt einfach selber sagen, es ist so, ich gönne denen das einfach, dass die so eine Retourkutsche da bekommen, dass sie da aufs Mal bekommen. Danke Blaze of Tempest, dass du mich nochmal abonniert hast, ja, das hast du eben gerade schon gemacht, warum auch immer das geht und ja, dann gucken wir mal weiter hier. Oder auch nicht? Doch, nein, ich weiß nicht, es lädt. Hier wieder politisch werden, möchte ich seinen Kanal Erfolgreiches Denken beleuchten. Der Kanal ist mittlerweile wieder auf Eis gelegt worden, das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut, also es war eine kluge Entscheidung, den nicht weiterzuführen. Eine der Hauptgründe dafür sind wohl seine P2P-Videos. In diesen Videos erklärt er einer demografischen Zielgruppe von zwölf bis siebten Oh, mein Hals kratzt, aber hier hinten so, ey, ach, Mann, ekelhaft, ey. Ähm, so, P2P, keine Ahnung, was das ist, wahrscheinlich irgendwie was mit Aktien oder so, nehme ich mir an. Investition, okay, das heißt, das ist das, was du einzeilst, die Rendite ist das, was du rausbekommst und das Revenue, Gesamtkapital, ähm, ich bin echt kacke in Englisch, Mann, das ist halt echt bitter. Ähm, kann ich mir halt irgendwie gerade nicht so ganz erklären, um ehrlich zu sein. Aber, Bandora ist ganz gut dabei, ne, Bandora. Gut, da hat er dann Leuten gesagt, wo die halt die Geld investieren sollen, ja. Vor allem 500 Euro rein und 10 Euro mehr wieder raus. Hurra. Zehnjährigen, wie sie ihr Geld investieren sollten. Zusätzlich muss man einfach auch sagen, dass diese Projekte einen sehr, sehr großen Eigennutzen haben. Ein Blick in die Beschreibung sagt uns sowieso. Alle diese Seiten, die in der Beschreibung verlinkt sind, sind Provisionslinks. Im Endeffekt macht er Videos, in denen er Tipps gibt, wie ein 14-Jähriger sein Konformationsgeld investieren soll und kassiert zusätzlich noch Provisionen über diese Links. Oder in YouTube-Sprache, niemand, mein Geld, welches ich gespart habe, Firegurden ist quasi der gehobene Porsche-Koyen! habe, um mir eine Konsole oder ein PC zu kaufen, werde ich wohl in meinen 13 Jahren lieber investieren. Firegurden, Bandora legt richtig zu und wird im ganzen Jahr richtig krasse Profite abwerfen. Generell ist dieser Kanal absolut Nonsens und ganz ehrlich, davon ist so gut wie nichts eigener Inhalt. Hier werden einfach nur irgendwelche Internetartikel vorgetragen, ohne Quellenangabe, um einfach noch mehr Videos auf YouTube zu pumpen. Wo wir eh schon beim Pumpen von Videos ohne korrekte Inhalte... Ja gut, da muss ich jetzt aber auch selber sagen, dass ich den Part hier nicht so gut finde. Peer-to-peer-Kredite sind Kredite, die direkt von Privatpersonen und Privatpersonen als Privatkredite vergeben werden, ohne dass ein Finanzinstitut wie zum Beispiel eine Bank als Vermittler auftritt. Ach so, ah, da gab es doch auch mal so Werbungen, da gab es doch auch mal Werbungen von, hier, wie heißt es denn, da gab es irgendwie auch so eine Privatdings, das weiß ich noch, ich wollte nämlich mein erstes Auto holen und da stand ich noch negativ in der Schufa und deswegen habe ich auch überlegt, Augs Money, genau, Alter, da habe ich mich nämlich mal angemeldet gehabt, da war ich auch dann, 10.000 Euro, ich sollte 12.000 zurückzahlen oder so und da habe ich gedacht, ja komm Digga, da kriege ich schon irgendwie anders zusammen das Geld, habe ich dann auch geschafft. Ja, also da finde ich auf jeden Fall aber trotzdem so ein bisschen an dem Punkt, ist halt zu wenig drauf eingegangen, so weil ich als Zuschauer zum Beispiel, ich muss halt wirklich Realtalk sagen, also es ist erfolgreiches Denken, ich habe nicht ein einziges Video davon geguckt, weil mich das Ganze halt auch überhaupt nicht interessiert. Dass man jetzt generell den Leuten, die Leute dazu bringt, sich vielleicht auch mehr über ihr Geld Gedanken zu machen, ist denke ich mal erstmal etwas, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist, würde ich sagen, so weil, ja voll viele leben halt einfach so, die kriegen halt monatlich ihr Lohn, bis zum Ende des Monats ist es weg, dann kriegen sie neues Geld und so und man ist halt in diesem Hamsterrad irgendwie so gefangen und das ist halt schon echt scheiße und dass man den Leuten dann halt sagt, jo hier, da und da, guckt euch das zumindest mal an oder so, finde ich halt gar nicht so schlecht und für mich persönlich kam der negative Aspekt jetzt nicht so wirklich ganz rüber, weil er halt auch keine Ausschnitte oder sonst irgendwas zeigt, ich kann mir halt aus diesen Videos, also mit diesem Ausschnitt von Mighty, kann ich mir halt nichts vorstellen, was er da jetzt wirklich macht, außer dass er halt irgendwie so Privatkredite da vergleicht hat, ja, ähm, ja, das fand ich so ein bisschen schade auf jeden Fall, ich denke mit dem erfolgreiches Denken, ich denke schon, dass der Angriffsfläche hat, so, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ähm, hätte man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr Zeit vielleicht doch rein investieren sollen, weil so ist es halt auch einfach so dahingesagt, finde ich, ne, auch wenn es natürlich halt in der Beschreibung ist und, äh, einer hier hat auf jeden Fall auch recht, der hat nämlich reingeschrieben, Feiergurten, aufgefallen, das habe ich ja auch in dem Kollegah-Video negativ erwähnt gehabt, so, ähm, atvoksoi, Dankeschön fürs Subscriben mit Twitch Prime, ist das gereint oder bin ich gerade irgendwie behindert, naja, egal, ne, auf jeden Fall, ähm, ja, ne, mh, okay, MIT ist noch da, also nicht so viel kritisieren, sonst kriege ich ein Video, übrigens, du hast in deinem neuesten Video, wo du halt gesagt hast, hast du gesagt, ja, am Anfang, es gibt noch einen Grund, warum KuchenTV nicht dabei ist, den hast du dann einfach nicht genannt, also du kannst ihn halt jetzt hier liegen oder es kommt halt das Grape und das ist halt deine Sache, mh, ne, wie gesagt, also ich will vielmehr auch gar nicht über Volkreis denken, ich habe da nicht ein Video gesehen, kann mir halt nichts darunter vorstellen, vielleicht gucken wir da mal rein, mal schauen, da würde ich feiergut und freue mich, dass ich das dann auf KuchenTV Ankerd hochlade, aber wir gucken mal weiter. Also, würde ich sagen, fangen wir doch mal an, auf Artikel 13 Videos zu gehen. Das beste Video dazu ist eigentlich, ich erkläre Axel Forst und Manfred Weber, die Demokratie. In der deutschen Geschichte kommen wir immer wieder an dem Punkt an, wo wir über den bösen Rasierpinsel reden, der einige Millionen Leute auf dem Gewissen hat. Das sehe ich als vollkommen richtig an, dass man da so auch... Dankeschön, Blaze, auf dem ist wieder Euro. Hab meine Abostufe erhüllt, bekommst jetzt 99 auf deinen Nacken. Nice, Alter, ich bekomme Geld auf meinen eigenen Nacken, Alter, Ehremann, ey, danke, danke, Kuchen nochmal dafür, Alter, ja, erstmal selber abklatschen, geil, danke. Und dafür sorgt, dass es nicht noch einmal passieren wird. Das ist vollkommen richtig, habe ich gar nichts gegen. Aber was ist denn mit einem Manfred Weber, der versucht, das Volk zu unterdrücken, Demonstrationen sofort zu kommen, damit diese nicht stattfinden können und damit versucht, Politik auf EU-Ebene zu machen? Für mich... Wie oft gehst du zum Friseur? Die wachsen ja gar nicht. Also alle zwei, drei Wochen irgendwie momentan. Seiten auf null, oben ein bisschen kürzer so. Man muss ja auch mal was tun, wenn man bei YouTube erfolgreich sein möchte. Und deswegen, eine Frisur ist auf jeden Fall schon mal so... Die Ohren von Mensch. ...nummer eins. Schwierig, also ich würde jetzt nicht unbedingt die Massenmorde Hitlers mit einem Politiker, der im Rahmen seiner politischen Möglichkeiten handelt, welche laut Gesetz konform sind, vergleichen. Ach nee, aber das wolltest du eigentlich auch gar nicht damit sagen. Ich möchte damit auch nicht sagen, dass es möglich ist, Dinge wie Rasierpinsel und Manfred Weber jetzt zu vergleichen. Aber ich bin der Meinung, dass dieses durch sie entstehende Ereignis in deutsche und auch in EU-Geschichte eingehen müsste, eben damit sowas nicht noch einmal vorkommt. In meinen Augen sind Axel Voss und Manfred Weber hiermit Feinde der Demokratie und Unwebe auf jeder Ebene. Es wird einfach das Volk und auch die Wählerschaft verspottet. Ach ja, stimmt, du hast recht. Wir sollten Politik einfach gänzlich verbieten. Wenn es sich an Manfred Weber oder an Axel Voss auch nur fünf Minuten Zeit nehmen würde, dir die Demokratie zu erklären, würde es sich einfach wirklich löschen. Die Frage, die ich mir stelle, wo handeln diese gegen die Demokratie? Sie sind im Endeffekt unsere Volksvertreter und wie ich schon bei den anderen beiden gesagt habe, sind 5,2 Millionen Unterschriften ein Fliegenschiss. Und das als Fakt hinzustellen, wenn es alle Leute gegen das Hochberecht wäre, nur weil dir etwas nicht passt, das ist nicht gleichzeitig undemokratisch. Ich möchte hier nochmal ein paar Worte aus dem Interview von KuchenTV und Dekadent einbringen. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein relativ guter Punkt, den man hier noch einbringen könnte zu diesem Ganzen. Von daher, ich werde euch einen Zeitstampel lassen, falls ihr es überspringen wollt, aber ich kann es definitiv nicht empfehlen. Fernab von den ganzen politischen Äußerungen, die er getätigt hat auf seinem Hauptkanal, der ja nun auch schon eine große Reichweite hat. Und da muss man meiner Empfindung nach nicht einfach gegenseitig, ja, das ist schon geil und das ist super cool und das zerstört, das ist super wichtig, sondern da muss man doch mal hingucken und differenzieren und sagen, ey, Alter, selbst wenn man mit dem befreundet ist, nicht im Kommentar lutschen, sondern sagen, von mir aus in WhatsApp, halt doch mal die Fresse, Alter, das ist gefährlich. Ich kann mir garantieren, dass jeder normaldenkende Mensch, der mit einem dreistelligen IQ sich ein Video von Firegoden anguckt und sich denkt, heilige Scheiße, wann erschieße ich mich heute oder erst morgen. Weil das ist einfach der allerletzte Schund, den du dir vorstellen kannst. Das ist so überaus peinlich und teilweise gefährlich, weil wir müssen auch nicht darüber diskutieren. Guckt man sich den Kommentarbereich der allermeisten Meinungsblogger an, dann merkt man schon an der Rechtschreibung und in der Funktion, dass die demografische Gruppe, die dort kommentiert, nicht so stark ist. Ja? Also entweder alterstechnisch oder bildungstechnisch, was aber auch keine Rolle spielt. Die sollen alle YouTube konsumieren, das ist scheißegal. Aber da muss man doch seiner Community, also der demografischen Gruppe, der man diese Videos präsentiert, den Inhalt anpassen. Und dann kann ich doch niemals sagen, dass wir, dass wir, da kann ich doch niemals Demokratie erklären, so wie es Feiergoden macht. Der hat keine Daseinsberechtigung in irgendeiner Form politische Dinge zu erklären. Und der macht es trotzdem. Warum? Weil es Klicks bringt. Der nennt die Videos, sorry. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Ich meine, der nennt die Videos halt sogar, ich erkläre Axel Voss und Manfred Weber die Demokratie oder sagt in irgendwelchen Videos, Deutschland ist eine Scheindemokratie. Und da hat sich veranklariert, weil er nimmt einen Tweet von Manfred Weber, korrigiert seine Rechtschreibung und korrigiert sie falsch. Er erklärt eine Interpunktion, die in diesem Fall korrekt gewesen ist. Und er macht sich dreieinhalb Minuten darüber lustig, dass da ein Kommen nicht gesetzt wurde, was nicht gesetzt werden muss. Und 300 Leute feiern ihn dafür in den Kommentaren. Und da denke ich mir, diese Bubble ist super gefährlich. Und deswegen, das war ja überhaupt der Punkt, warum ich vor drei, vier Monaten mal so eine Zeit hatte, wo ich acht Wochen lang sehr, sehr viele Meinungsbläder kritisiert habe oder versucht habe, differenziert darüber zu berichten. Generell kann man sagen, dass ich der Kanal von... Ja gut, also da muss ich übrigens auch noch was zu sagen. Das haben mir so zwei, drei Leute halt geschrieben gehabt, ja, aber hast du da zu Feiergurten eigentlich gar nichts gesagt? Ich muss halt tatsächlich zugeben, dass ich die Videos von Feiergurten, also ich gucke halt einige, aber bei ihm muss mich halt auch so das Thema interessieren. So, ich weiß nicht, das Ding ist zum Beispiel, bei Simplicissimus zum Beispiel kann ich mir so jedes Video geben, egal welches Thema das ist. Liegt aber vielleicht auch daran, dass die halt so allgemeine Themen ansprechen. Bei Feiergurten zum Beispiel ist es so, da muss mich halt wirklich schon das Thema interessieren. Und so weder dieses Artikel 13 Thema mit äh, der und der ist undemokratisch, äh, äh, hat mich interessiert, also ich kenne die Videos ehrlich gesagt halt gar nicht und, äh, ja, genauso wie ich zum Beispiel auch die Fortnite-Videos halt nicht angucke, ne? Ähm, deswegen konnte ich da halt auch gar nicht so viel zu sagen. Das hat mich auch gewundert, dass wir da so lange über, äh, über Dings geredet haben, über, äh, Feiergurten, weil ich mir so dachte, ja, was, was erwartet ihr, was soll ich sagen? So, ich gucke die Videos halt nicht mal. Also zumindest nicht die Art der Videos. In diesem Artikel 13 wie gesagt, da hat jeder irgendwas zu gemacht und irgendwann hatte man auch keinen Bock mehr, sich da tausend Videos anzugucken. Ähm, ja, deswegen, äh, hab ich das, ähm, konnte ich da halt auch gar nichts zu sagen, weil ich mir die Videos wie gesagt auch nicht angeschaut habe. Ich kann halt die Kritikpunkte nur so annehmen, ne? Ich weiß es ja einfach selber gar nicht, was er da gesagt hat. Aufklärenden, positiven Messages verabschiedet hat. Ob nun ein Hand of Blood gut oder schlecht ist oder ob der Hype von Orange um Orange gerechtfertigt ist, spielt da glaube ich keine Rolle. Die Recherche ist über die Jahre oder über die Monate einfach immer schlechter geworden und die Entwicklung hat definitiv einen Negativ-Trend. Eine Zielgruppe zwischen 12 und 17 Jahren sieht tatsächlich gerne Fortnite-Gameplay im Hintergrund und kann auch dieses LKW-Sprungstil im Hintergrund feiern, weil es einfach relativ entspannt ist. Aber auf Krampf zu einem seriösen Kritiker werden zu wollen, funktioniert nicht, wenn man weder gut recherchieren kann, noch eine wirklich gute Wertvermittlung hat oder wenn man einfach einen Fortnite-Kanal nach dem anderen behandelt. Du hast super viel Kritik bekommen in deiner Community-Funktion und ja, anstatt die wirklich umzusetzen, hast du einfach gedacht, okay, wir gehen einfach zu dem Punkt zurück, 4 Changes 1. Du willst im Endeffekt nur noch der Masse gerecht werden, obwohl du immer gesagt hast, dass du genau das nicht machen möchtest, denn du möchtest zufrieden sein mit deinem eigenen Content. Du möchtest das machen, was laut eigener Aussage dir Spaß macht. Und so wie du es beschrieben hast, bist du laut deinen Videos nicht mit deinem eigenen Content, wie er jetzt so hochgeladen wird, zufrieden. Ja, das Ganze musste einfach mal auf irgendeine Art und Weise gesagt werden. Und wenn es von außen nicht fruchtet, dann Ja, also ich weiß, ich will mich jetzt natürlich nicht irgendwie groß aufspielen oder so, ne, aber ich habe halt Kritik bekommen. Also ich habe ja, ich war der Erste, der gefragt hat, ja, in der Community-Funktion nach Kritik, das sollt ihr nie vergessen. Ich war der Typ, der damit angefangen hat, ja. Finde ich aber cool, dass alle mitgemacht haben, so auch, weil ich finde es halt immer auch wichtig, gerade wenn halt Kanäle nicht laufen, so, habe ich halt das Gefühl, dass es halt viele Leute gibt, die dann so den Blick so einfach verlieren, weißt du, man versucht dann immer irgendeinen Schuldigen zu finden. Aberkuchen0685, danke für das Subscriben und ich meine, ich gebe teilweise auch YouTube die Schuld, dass mein Kanal nicht läuft, weil es ist so random. Es war seit einem Jahr kein einziges Video von mir mehr in den Trends, obwohl bis genau ein Video, also wirklich jedes und dann zack, Schluss, so, weißt du, war halt jedes Video so Platz 6, Platz 13 oder so und das war halt ganz cool, ne, man hat so ein paar Aufrufe bekommen, paar Abos und so und dann gar nicht mehr so. Und jetzt letzte Woche dieses Video, wo ich auf die Kritik eingehe, war einfach wieder Platz 13, wo ich mir so denke, warum? Das ist halt, das ist durchschnittlich angekommen. Es gab ganz andere Videos, die viel mehr Klicks bekommen haben. Ja, und das ist halt, juckt halt irgendwie nicht, ne, ist irgendwie relativ komisch von YouTube. Ähm, aber trotzdem muss man auch immer so ein bisschen an sich selber arbeiten und auch ich nehme an, äh, nehme auch die, äh, Dings zum Beispiel an, ähm, die Kritik an von meinen Leuten so, dass die halt sagen, ja, irgendwie ist es halt nicht mehr so wie früher, ne, weniger Einspiele, irgendwie eher langweiligere Videos, weniger Witze und so, ne, und das versuche ich jetzt ja dann auch immer mehr, äh, wieder zu ändern, ne, dieses Amazon-Fales kam ja zum Beispiel sehr gut an. Von den Klicks so, okay, aber, äh, zumindest von der Bewertung her, top. Also 16.000 Likes bei 140.000 Aufrufe ist, mwah, normalerweise ist gut, ist eigentlich immer so bei 10.000 Klicks 1.000 Likes, also dass so jeder zehnte Zuschauer liked. Das ist dann ein gutes Video und das ist nochmal ein bisschen drüber, Alter. Bam, Alter, ne, und das ist halt, ähm, ist auf jeden Fall ganz cool und ich versuche da jetzt ja auch was zu verändern. Ich kann euch auch sagen, die Videos, die halt jetzt noch kommen werden, da sind auch wieder so zwei, drei, ähm, Einspieler und sowas nicht viele Klicks, aber es hat jeder gefeiert und es hat sich jeder gefreut, dass ich das so gemacht hab und dann läuft's halt vielleicht auch besser. Ähm, bei Firegoden und Alpha Kevin und so kam's mir halt immer so ein bisschen so rüber, als wenn sie halt merken, okay, der Kanal läuft nicht, dann machen die so ein Changes-Video, versuchen was zu verändern, aber verändern dann halt einfach gar nichts, ne, sondern bleiben dann halt einfach so, ist halt schade, weil die damit natürlich auch Potenzial liegen lassen, ne, und erfolgreiches Denken muss auch einfach zurückkommen, woher soll ich wissen, wo ich mein Geld jetzt reininvestieren muss. So, wir gucken jetzt das trotzdem nochmal zu Ende, ne. irgendjemanden fertig zu machen, sondern genau das zu tun, was alle anderen Blogger predigen. Und zwar, dass man hinterfragt, was gesagt wird. Wichtig ist, am Endeffekt, dass man selber eine eigene Meinung sich aufbauen kann durch ein solches... So, mal ganz kurz, ich muss hier mal ganz kurz die Bildschirmaufnahme ausmachen, ich will ein Video hochladen, ich weiß nicht, wo der was öffnet oder so, nicht, dass du irgendwelche privaten, ja, okay, ich sag mal, ob ihr meine Kinderpornografik sieht, Grafiker, ich hab so eine Grafik erstellt mit Kinderpornos, äh, ich muss nämlich ein Video nebenbei hochladen, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht bugt, wenn doch, es geht schnell, Leute, ja, so geht nicht, äh, ich kann das aber dann doch anlassen, weil es hat sich auf dem zweiten, dritten Bildschirm geöffnet, wie auch immer, äh, ich weiß gar nicht, wie das Video heißt, um ehrlich zu sagen. Wenn man nur sehen will, wie Fortnite-Kanäle zerbäscht werden, ist es auch in Ordnung, keine Frage, aber dann sollte man sich natürlich über nicht hinstellen und anfangen, irgendwelche politischen Diskussionen zu führen, die halt einfach mit Falschinformationen komplett zugeballert werden. Und ich würde mich tatsächlich auch freuen, wenn Antwortvideos von den anderen Kanälen einfach mal zu reflektieren, was gesagt wurde und vielleicht auch einfach mal drüber nachdenkt, wie man das auf seinem Kanal umsetzen kann. Ob diese Kritik nun angenommen wird oder nicht, das ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Es kann auch sein, dass andere Leute das ganz anders sehen. Aber ich bereue dieses Video nicht und am Ende des Tages bleibt mir nur noch eins übrig. Danke an Baddiger für die Memes und danke für eure Aufmerksamkeit. Über eine Bewertung würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, was soll man dazu sagen? Also insgesamt, ähm, ja, es tut weh das sozusagen, aber es ist einfach ein gutes Video geworden, so, ne? Also ich, ähm, ja, man kann da eigentlich kaum irgendwas großartig dagegen sagen. Es ist halt einfach Fakt. Ich finde so die Meinungsblogger-Szene und da nehme ich mich auch mit rein, auch wenn ich jetzt, äh, wenn ich mich jetzt persönlich nicht, oder kommt noch was, äh, fast hätte ich die Mogelpackung 3.000 vergessen. Danke, Friedrich. 15,78, was hast du gesagt? Wenn Sie jetzt die Mogelpackung 3.000 bestellen, erhalten Sie die Sexbox. Dazu ist es von irgendwelchen Pennern, die zu blöd sind, Box richtig zu schreiben, aber nein, das stimmt. Watch this, Lise. You can actually pinpoint the second when his heart rips in half. YouTube. Jule. Jusaka. 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 Geld überwiesen. Ich dachte, eigentlich dann ist man cool, aber anscheinend geht das heute nicht mehr so einfach. Ja, also insgesamt auf jeden Fall ist ein gutes Video geworden, so, da kann man halt nicht wirklich viel gegen sagen, hat der gut analysiert. Ich fand es so ein bisschen schade, ist vielleicht ein bisschen zu krass auf Artikel 13 bei jedem eingegangen. Ich glaube, man hätte auch noch andere Punkte ansprechen können, also ich denke, dass es da, dass man die auf jeden Fall noch anderweitig hätte kritisieren können, aber so gutes Video geworden. Es haben ja auch alle Leute, haben auch Antwortvideos dazu gemacht, tatsächlich. Da Vinci hat jetzt das Neueste gemacht, da will ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Die Wahrheit über Mighty und seine Kritik, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein heftiger Titel. Herzlich willkommen bei Mittelsmong. Ich bin vorhin nach Leipzig gefahren, zu Gina, weil wir heute da mit der Familie ein bisschen unterwegs waren, die Stars und so, und da war ich auch ganz kurz drin im Stream von Mighty, hab das Video aber dann halt nicht weiter gesehen, ist auf jeden Fall auch nur so mittelmäßig angekommen. Hat auch heute wieder Abonnenten verloren, ordentlich, also, ja, das Problem ist halt immer sehr, finde ich, bei solchen, bei solchen Videos, das musste ich halt, ja, musste ich eigentlich, eigentlich war ich immer in einer guten Position, aber trotzdem hätte ich das auch früher besser machen können. Ich glaube immer, wenn solche Videos kommen, oftmals ist es so, und ich glaube, das ist auch bei DaVinci der Fall, dass du halt zu sehr jetzt versuchst, irgendwie so angreifend zu werden, so sagst, ja, guckt euch den an, das geht ja gar nicht, was der da macht, der kreditiert mich, ja, obwohl wir Freunde waren. So, und ich glaube, das ist der falsche Punkt. So, ich glaube, der beste Weg auch damit, damit das zu machen, ist halt einfach das anzunehmen. Ja, beispielsweise dieses, ähm, dieses Lösch-Dich-Video, was gegen mich gekommen ist, da habe ich ja auch einige Sachen eingesehen, ähm, aber das waren halt auch oftmals Sachen, die halt schon lange her sind, so, und genau das Gleiche könnte da wünsche ich auch mal einfach sagen, ja, bei Artikel 13 war kacke, so, fertig, gar nicht lange drüber diskutieren, hab nicht nachgedacht, was weiß ich, Emotionen, fertig. So, das ist ein halbes Jahr her, oder so, das juckt doch jetzt keinen mehr. Das wird jetzt, drei Tage ist das halt in den Meinungsblogger-Medien und dann war es das wieder, so, weißt du, wie ich meine? Ähm, und ich glaube, das ist halt besser, wenn man doch einfach mal sagt, ja, okay, damit hast du recht, Bruder. Na, weiß, Lisch, ich war scheiße, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, dann würde ich auf jeden Fall sagen, gucken wir uns das Video hier an.